Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneutem Video auf meinem Kanal. Und heute läuft der Solo Cash Cup. Normalerweise spiele ich den, ja. Heute bin ich aber zu Gast bei dem Jutsen, Jutsen Sidney. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ähm, ja. Solo Cash Cup, Punktesystem ist gleich wie immer. Es wird heute natürlich die Top 100 weiterkommen für morgen. Oder wenn ihr das YouTube Video seht für heute. Genau. Und das ziehen wir uns alles rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Und dann würde ich sagen, vergesst den Creator Code am Annen und viel Spaß. Der muss er holen, der muss holen. Oh mein Gott. Hack ihn ab, hack ihn ab. Lad die SMG nach. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Das ist ein Refresh. Ja, aber auf Seifen reicht. 30. Oh, nieder. Er holt sich. 41 AP. Das geht mal um. Das ist der Championship. Das ist ein Champion. 3-1 hat er gewonnen. Gegen. Bro, and he's stuck in the floor. So he can't build. Wie nervig, wie nervig, wie nervig. Da hätte ich gar keine Lust drauf. Das ist richtig nervig, was der Gegner dort macht. Jetzt ne Mini Poppen. Noch ne Mini Poppen. Und dann Chili Splash. Noch ne Mini und Chili Splash. Hilfe. Hilfe. What? Der Beste. Hände mitnimm. Hände mitnimm. Die Mythische. Was für Hände passiert da? Über ihn. Über ihn. Der hat keine Mets. Der hat keine Mets. Der hat keine Mets. Der hat keine Mets. Guck es dir an. Direkt neben ihn. Er muss über einen Poppen. Haben wir zwei Splashers oder einen Biggie? Willst du dem Chat das einmal erklären, was bei dir passiert ist? Gestern? Ja. Ich habe gestern ein Menu gegeben gegen Middlesbrough. Das war FA Cup. No, bro. Und da habe ich halt einen Schein gemacht. Über Sidney sozusagen. Also er hat den nicht abgegeben. Also Sidney ist so gesehen der Wetteintreiber. Genau. Also wenn es kommt, gibt er es mir. Wenn es nicht kommt, dann... Also wenn es nicht kommt... Dann kriegt er das Geld? Genau. Dann behält er es für sich. Aber wenn es kommt, dann muss er es mir geben. Er ist so bodenlos. Ja, und dann haben die Mathmeterschießen verloren. Er hat auf dich gehört mit der Double SMG. Natürlich hört er auf mich. Weil ich der allerechte Viewing Party-Boss bin, Chat. Oh, in seiner Box. Nicht getroffen. Alles trifft. Ich sage, er hat nicht getroffen, aber er hat alles getroffen. Jetzt habt ihr wieder aufgepasst, Chat. Sehr gut. Das ist unbeleidig natürlich. Nice Rotation. Auch schöner Layer. Schöner Layer-Chat. 15 Leute noch alive. Wenn er jetzt hier Top 3 rausholt, ist er big, big chillig. Ich glaube, er kriegt gleich einen Bubba-Hit von der Seite. Sag ich mich ehrlich. Weil er die ganze Zeit im Right-Pick hängt. Nee, was? Kommt doch noch jemand als Storm. Mach das doch nach, Digga. In deinem Natur-Talent. Jetzt willst du es auch schaffen. Du bist ja echt, Digga. Und hype mit den Winnen. Ich habe wieder den besten Loot, ne? Kannst du für mich pranken? Kannst du mir Elevate-Wachen-Schicken? Bist du gerade in der Runde? Ja. Hype für zweite gute Runde. Wir gehen rein. Malibuka. Malibuka-Chat. Letztes Mal, ganz kurz, damit ihr das alle vor Augen habt, ja? Damit ich euch jetzt hier keinen Scheiß erzähle. Letzte Woche Malibuka. Acht Runden gespielt. Sechs Runden gewonnen. Ich glaube, das neue Weltrekord. Normal. What? Was macht er denn da? Loot Boy Void. Ja, er hat auch direkt das Christian Dior dabei-Chat. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass im Endgame meine Gegner low sind. Der Drops gelutscht. Der Drops gelutscht, schade. Malibuka, zweiter Platz. 29 Punk- Ah, gut. Anscheinend seine Er- Ah, ne, 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 29 Punkte durch diese Runde-Chat. Auf den muss er fliegen. Fully boxed, fully cheese, fully pieced, dead. Nice. Let's fucking go, Leggy. Pack den Baum, pack den- Okay, nice. Hat nix gebracht. What? Das ist ein Refresh. Never mind. Er ist auf Heid. 1v1 Situation-Chat. Er muss ihn zubauen, er muss ihn zubauen. Bau ihn zu, bau ihn zu. Achso, Gegner ist auf low ground. Nein. Nein. What? Good fucking shit, Leggy. Leggy. Schöne Els. Schöne. Janik. Das war safe, ein deutscher Chat. Ich könnte mein Popöchen drauf verwerten, Chat, dass Janik ein Deutscher war. Bitte. Du bist der Beste. Buh. Du bist der unendliche Remake. Der unendliche Remake. Disconnected? Wie in der Disco-Chat. Disconnected. Gut, dass ich keinen Mams gedrobt hab, Chat. Halt mal die Fresse. Krülkar, Chat. Wir sind auf Krülkar. Krülkar, by the way, auch ein sehr, sehr, sehr sympathischer Dude. Mag ich sehr. Letztes Mal sehr gut gevipe in die Chili Species. Chili Species. Scheiße. Die Chili Species wären geil gewesen. Oh my God. Chicken Man. Chicken Man. Was man sowas überhaupt sagen muss, Digga. Sowas muss man gar nicht sagen. Sag ich dir so, wie es ist. Was muss du Sturmswitch kippen? Gönn dir Sturmswitch. Da hatte ich vorhin ein interessantes Gespräch mit Rezo auch drüber. Da haben wir eine ähnliche Einstellung. Oder was heißt ähnlich? Eigentlich identische. Sehr schöner Kill jetzt hier für den Krülkar-Chat. Sehr, sehr schöner Kill. Lila Pump ist auch mit dabei. Er muss die SMG nachladen. Lad sie nach, lad sie nach. Sieben Leute noch alive. Sieben Leute, sieben Leute, sieben Leute. Zum Ersten, sieben Leute zum Zweiten. Er ist der Beste gerade. Ja. Weiterer Kill. Zehn Kills. Zehn Kills. Fünf Leute noch alive. Zehn Kills, fünf Leute noch alive. Geh rein in die Box. Das macht er auch smart. Kurz, wann du replacen, sieht, er kriegt den Zero-Peng nicht, bam, geht er wieder hoch. Ihr könnt auch bei den Amar-Cups auf Twitter und Instagram wieder dann morgen, ich glaube, fast 3.000 Euro gewinnen. 2.900? Bei den Top 100 erraten? Äh, bei den Top 10 erraten? Ey, was ist das für Buggy gerade? Das ist so Buggy. Er hätte niemals auf den Low-Ground gehen dürfen. Oh, das war nicht so smart. 75er. Der Typ ist genau ein HP-Chat. Genau ein HP! Cool, klar, du bist der Beste! 92 Punkte, Jet. Sieben Punkte Maximum. Meint ihr? Moin, Russisch. Es geht auf. Er ist so gut wie, er ist so, er ist so gut wie Colt. Wie auf Twitter. Fully Boxed, fully Peace, fully Cheese. Nice. Amar, mein Internet sehen ich jetzt von 110 Punkten und ich kriege jetzt seit 15 Minuten nicht mehr an. Perfekt, das ist es. Kannst du mich so 5 Minuten davor rumrufen? Okay, mach ich. Voll, ich hab jetzt... Miss, aber er ist white. Klar. Das ist es. Macht doch gar keinen Sinn, du brauchst trotzdem Spideys. Wenn du runtergeschossen bist. Ja, nochmal. Biggies Fullwunde sind. Wer ist das, das Smiley Booker? Boah. Er will es einfach nur nicht den Gegnern geben. Nein, er will es einfach nur nicht den Gegnern geben. Er weiß was, was wir nicht wissen, anscheinend. Guck mal, wie er da auch connectet. Ja, ich hab mich grad mal gewundert, wie er das gemacht hat. Sit, nee. Einfach Sprain, ich komm nicht in den Berg. Ja, einfach Sprain und tot. Hochbau. Ja, das stimmt. Jetzt Metallwände, Metallwände. Hoch und Ausbau. Das ist so gut, Chet. Ah! Nee. Nevermind. Oder? Doch, er hat ihn. 6pm Rixel. Die 6pm Leute, das haben alle bei mir rein. Beste Männer. Leftpeak. Er takt den Leftpeak. Da ist noch einer. Das reicht nicht. Oh, nice. Wer das ist? Masaar. Das ist Gammet Fuss. So, Masaar. Kennst du dich Gammet Fuss? Gammet Fuss? Ja. Gammet Fuss. Ich bin ein bisschen hoch drin. Kennst du mich auch? Ja, wirklich. Wer ist länger von uns, Bane? Er ist größer. Zumau. Kopfball. Letzter Kopfball. Letzter Kopfball. Ja, aber du musst ja auch erstmal so ein bisschen den Gegnern wegdrücken. Guck mal, sein Arm ist draußen. Schiri, Schiri. Und? Musst er runter. 131 Punkte hat er gerade. Einen Placement vielleicht noch. Ne, er braucht den Win. Er braucht den Win. Er braucht den Win. Top 2. Oh. Da ist er. Er holt's. Und wir sehen schon wieder einmal Gammet Fuss im Finale-Chat. Wie lucky kann man sein? Wer gewonnen hat? Also nicht stehen. Er ist jetzt cold für morgen. Er ist jetzt cold für morgen. Ich wollte nicht, dass du gegen die Decke springst. Hör, 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 hör. Entspannend. Oha, oha. Oha, oha. Oha, oha. Und? Ja, jubi. Wir gehen einmal die Top 100 gemeinsam durch vom Solo-Cash-Cup. Mali Buka mal wieder auf der 1, so wie letzte Woche auch schon. Void auf der 2. The Deal. Zeig mal dein letztes Match. Ah, ein Macher. 10 Kills, 10 Kills Win. Bam. Deswegen bist du cold. Tatsächlich bin ich gerade am Dings. Sindri, Nova und Arogino. Ganz kurz auch für YouTube-Chat. What? Bei Rasieren und Kassieren hat Arogino, er war der erste Gewinner jetzt von Rasieren und Kassieren. Sechs Teile wird es ergeben, dann das große Finale um 5.000, 650 Euro hat er sich schon mitgenommen. Das waren seine allerersten Earnings und jetzt ist er im Finale für morgen und kann dort seine weiteren Earnings erweitern. Sehr, sehr geil. Auch dickes GG an Samio, dass er so einen gescoutet hat. Kuss. Swifty auf der 7, Kami der Pole auf der 8, OnlySMG, Pixi, Lechi nach der Impfung, Faced, Bilussi, Quisi ist mit im Finale. Sehr nice. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Skate ist mit dabei, Zenex, Vic, Zenex, Brr, der ist mit am Start, sehr nice. Vortexia. Heißt der Brr oder was? Brr. So, wen haben wir noch? Zettel in Polen, Asa, Rezumi, Blockfischi, Ado, Hyper, Triad, Pablo, Zokame, Gambitfuß, Kuss. Wichtige Runde gerade. Zebri, halt's Maul! Zebri. Ja! Meidu! Meidu! Seh ich morgen im Final, Junge! Hä? Wie gesagt, Digga. Du bist der Beste. Ich muss morgen noch gucken, ich mach' ich noch keine Ahnung. Gravix, Ice, Aqua! Ey, was wird das für ein Finale morgen? Guck dir bitte, guck's dir an, guck dir mein Match verloren. Ey, du bist jetzt so... Was? Ich finde... Ja, und dann... Du wärst in dieser Runde dumm gestorben, Digga, der Kaffner ist gewissen. Raisin immer called. Wir müssen weiter runter, wir müssen weiter runter. Ich glaube, das ist ein Cheater, by the way. Despacitos ist auch mit dabei. Chapix auch auf der 67. Lusha mit dabei. Lusha... Gravix. GryfFNBR, wissen wir, Chat, kennen wir. Merstabsch, DuoMate von Malibu. TunaSky. Lechi! Ey, vor der Impfung! Oh mein Gott! Lechi ist vor der Impfung. Das allererste Mal in einem Final-Chat. Aber das ist halt auch der Beweis, ne? Mit Impfung einfach besser geplaced. Ja, deswegen, Jungs... Nein, okay... Und Reason. Reason auch mit im Finale-Chat. Ey, gefühlt die Hälfte der ganzen Lobby sind deutschsprachige Leute. Was ist denn ein Finale morgen? Candy auch mit dabei. Das ist ja komplett bescheuert. Dickes GG auch an euch da draußen. Ich hoffe, die Highlights haben euch gefallen. Gruß geht raus. Danke für den Support. Danke für den Creator-Code Amar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und... Tschüss! Tschüss! Thiessen